Im Optimalfall bleibt keiner liegen Leben auf dem Drahtseil, das 1-8-7 Läuft es optimal, mach ich heute Nacht mein Schnapp Papa bräute in V8 und mach die Beute wieder plant Ich gebe alles aus, alles Stahl und Rauch Mach mich zum Präsidenten, was die Merkel kann ich auch Schmeiß die Schnappe raus, Cannabis wird legal Und für Bus und Bahn brauchst du gar nix zu bezahlen Optimal, lass die Blasen, will kein Kuss von dieser Schnappe Denn die Wirklichkeit sieht anders aus, der Frust treibt dich zur Banke Nein, ich rede nicht, ich lande, dieser Benz hier ist bezahlt Und ja, ich liebe mein Papa, doch hilft dies einfach für mich da Wie sich die Schnappen an mein Presto klammern Bisschen Presto ballern, ballern wie ein Presto-Fammer Bin immer offen für Versicherungsbetrug Wer vergiftet unsere Jugend, ich hab nix damit zu tun Deutschlandrap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, shit ist zu vergiftest unsere Jugend Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Aber Deutschlandrap liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, shit ist zu vergiftest unsere Jugend Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun War ein paar Monate einsam, bin wieder zurück auf der Leinwand Trinke Weinbrand aufm Freigang, bitte sagt mir woran soll ich scheitern Es geht weiter, immer weiter Sag mal, habt ihr mich alle vermisst? Digga, schnappe, fuck ab, jetzt komm ich Mache Schnapp und verpacke das Gift Schnapp! Alles was zählt ist hier immer noch Bares Verlierer des Tages, Gewinner des Jahres, die Stimme der Straße Ein Leben ist das zwischen Autoscooter und Haftstrafen Tagsüber draußen, die Truppes am ballern und abends dann wieder im Knast schnappen Neue Schuhe kaufen, durch Stadt laufen, großen Bogen um die Kackhaufen Stichbrummeartige Piss-Tests, also nix ist mit Haschrauben Ich fühle mich gut, ich bin fast draußen, die Seiten sind frisch rasiert Profitiere von Menschen, die Tasch brauchen, weil es mich nicht interessiert Hab nie studiert, auch nix gelernt, doch brauch jeden Monat ein Tausender mehr Tausender mehr? Ein Tausender mehr, ich auf der Couch und die Frau hinterm Herd Digga, so viele neue Gesichter, aber die Spasten können nicht rappen Also bringen wir ihn jetzt noch ins Krankenhaus oder lassen wir ihn einfach verreckt Deutschland hab liegt aufm Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, shit ist, du vergiftest uns so schuhen Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Aber Deutschland hab liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, shit ist, du vergiftest uns so schuhen Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun